Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Part 2 zu der Reihe UGC Creator werden. Heute soll es mal darum gehen, was brauchst du überhaupt alles als UGC Creator und wie startest du am besten. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz simpel an. Was brauchst du alles? Also im Grunde brauchst du eigentlich nur dein Handy, dann vielleicht, muss jetzt nicht unbedingt das Rode hier sein, was ich habe, aber ein einigermaßen gutes Mikrofon und ich habe hier so ein Licht. Ich werde das mal kurz hier vom Dings ändern. Das kannst du einfach auf dein Handy draufstecken, da ist so eine kleine Klemme dran und das reicht schon. Denn es gibt einige UGC Creator, die ausschließlich mit Firmen zusammenarbeiten, die gar keine physischen Produkte haben und du daher auch nicht unbedingt jetzt zum Beispiel ein Package Opening oder so ein Unpacking machen musst, sondern einfach nur über zum Beispiel eine Software reden und so weiter. Okay, also das ist eigentlich schon das große Ganze. Du kannst dir noch ein Stativ holen, damit du dein Handy immer schön irgendwo hinstellen kannst. Ich habe zum Beispiel, kann ich dir auch mal zeigen, ich habe hier noch so ein Ding, so einen kleinen Gorilla Arm. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen aufnehme, dann kann ich das irgendwo dran machen und fest machen. Aber da gibt es halt auch genug Möglichkeiten, kannst du immer mal schauen. Bei Amazon zum Beispiel findest du auch das Licht zum Beispiel, was ich habe von Never. Das kostet, glaube ich, nur 28 Euro oder 38 Euro, super günstig und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Denn jetzt gerade habe ich nur dieses Licht an. Ich kann dir das einfach mal zeigen, ich mache es mal einmal aus, wie es aussehen würde, ohne Licht und einmal mit Licht. So, und ich spare mir gerade tatsächlich zwei Ringlichter, die hier einzuschalten, sondern arbeite nur mit diesem kleinen Licht. Okay, also das ist eigentlich erstmal so das Grobe, was du an Equipment brauchst. Jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Wir wechseln mal kurz auf den Bildschirm und schauen mal, was bzw. wie du starten kannst. So, okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und gehen auf Google und wir machen das jetzt wirklich ganz entspannt und ganz einfach. Und ich zeige dir, wie du ganz einfach was finden kannst. Okay, starten wir einfach mal rein und du gibst einfach bei Google ein UGC Creator Agentur. Denn, wie ich schon gesagt habe, meiner Meinung nach ist es am einfachsten, wenn du über eine Agentur startest. Denn, die Agenturen haben meist schon einige Firmen als Kunden und können dir schneller Aufträge geben. Denn, um, sagen wir mal, jetzt eine Firma anzuschreiben und du möchtest für die arbeiten, wollen die meisten Firmen, nicht alle, aber die meisten Firmen, erstmal ein Portfolio sehen. Oder wissen, wo du schon UGC Content erstellt hast und ob du da Erfahrung drin hast und so weiter. Bei einer Agentur ist es so, die starten mit dir einfach rein und du kannst dich dort bewerben und starten. Okay, so, dann schauen wir einfach mal hier zum Beispiel Speakly. Speakly ist eine der größeren Plattformen und du kannst dich jetzt hier einfach registrieren. So, hier siehst du jetzt auf jeden Fall erstmal die ganze Geschichte für eine Firma, ja, wie das Ganze funktioniert. Die Firma geht jetzt zum Beispiel hier auf die Seite und sagt, hey, 30 Sekunden, ich brauche drei Hooks, zwei Fotos im 2 zu 3 Format. Ich suche einen weiblichen Creator von 18 bis 40 Jahren. Dann kannst du dich als Creator hier auf diese Aufträge bewerben, kannst dann per Chat mit denen sprechen und kannst dann ein UGC Video erstellen. Und du siehst schon auf der Seite zum Beispiel über 9000 UGC Creator, die hier arbeiten und da kannst du das Ganze mal anschauen. Du siehst zum Beispiel hier AirUp, DrSmile und so weiter und so fort. So, und jetzt hast du hier oben den Button Creator werden. Da klickst du einmal drauf und du siehst schon, du kannst dich jetzt hier kostenlos registrieren. Ich werde das jetzt einmal hier alles akzeptieren. Perfekt. Ich werde mal eben meine Daten kurz eingeben und wir sehen uns gleich wieder. So, wenn du dich jetzt hier angemeldet hast, dann kannst du hier so ein kurzes Intro Video schauen. Wir gehen jetzt einfach mal direkt weiter zum Dashboard. So, und wie du jetzt hier schon siehst, hast du erstmal hier ein paar Aufgaben zu erledigen. Ja, einen kurzen Steckbrief von dir erstellen. Ein Bewerbungsvideo hochladen, präferierte Kontaktmöglichkeiten angeben, Adresse für den Versand von Produkten, gib eine IBAN für die Überweisung deines Honorars an. Ja, das kannst du ja alles einstellen. So, und jetzt siehst du auch tatsächlich schon, was hier gesucht wird. Zum Beispiel für so ein Heimtuch kannst du Werbung machen, bekommst du 38 Euro für. So, eine Schreibtischunterlage für 58 Euro und 30 Sekunden Video und zwei Bilder. Dann haben wir hier zum Beispiel Selbsttest-Kits von EcoCare. Zum Beispiel 30 Sekunden, die wollen drei Videos, ein Bild für 93 Euro. Kann man zum Beispiel machen. So, dann haben wir hier Pixie-Print, Mini-Drucker, 15 Sekunden Video für 30 Euro und so weiter und so weiter. Und dann, du siehst, die Auswahl hier ist riesig. Wie ich schon anfangs gesagt hatte, Speakly ist nur eine von vielen Sachen. Ja, es gibt so viele Agenturen, wo du tatsächlich starten kannst. Okay, also, fassen wir kurz zusammen. Du brauchst ein Handy, du brauchst ein Licht, du brauchst ein Mikrofon und du brauchst ein Stativ. Dann suchst du dir eine UGC-Agentur für den Anfang. Einfach, dass du mal reinkommst und so weiter. Und dann legst du einfach los. Und das ist halt das Nice. Weißt du, du kannst direkt anfangen. In dieser Videoreihe werde ich natürlich auch nochmal auf alle möglichen Sachen eingehen. Ich werde sagen, wie ich zum Beispiel meine Videos schneide, welche Tools ich dafür nutze. Ich werde nochmal in den, also ich werde euch komplett mitnehmen in den Prozess, wenn wir jetzt zum Beispiel starten und ich meine Kaltakquise mache. Weil Agentur ist aktuell mein Hauptding, womit ich mein Geld mache. Das sind so 500 bis 1000 Euro im Monat. Und ich möchte natürlich auch mit Firmen kooperieren, wo man dann mehr Geld bekommt, weil man dann mehr machen kann und so weiter und so fort. Aber das ist alles das, was ich in diese Videoreihe reinpacken möchte, damit wir gemeinsam quasi diese Reise gehen. Und einfach ihr mit mir mitmachen könnt, es nachmachen könnt und seht, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, auch hier wie in dem letzten Video, ich werde das nochmal hier irgendwo verlinken, gerne, gerne, gerne eure Fragen nochmal in die Kommentare, denn umso mehr Fragen ihr stellt, umso besser kann ich den Content für euch erstellen und umso geiler wird die Videoreihe. Ich danke dir auf jeden Fall von Herzen fürs Zuschauen. Über ein Like, Abo freue ich mich natürlich sehr. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.